Moin Leute, passend zu meinem Outfit heute gibt es ein Video zum Thema Muskelaufbau und zwar die große Frage, ist Krafttraining und Ausdauertraining in einer Trainingseinheit sinnvoll oder bringt es euch nicht die Gains, die ihr vielleicht gerne haben wollt? Bedeutet also, wenn ihr erst Krafttraining macht und dann ein bisschen noch irgendwie Cardio machen wollt oder sowas, ist das dann schlimm für euer Muskelaufbau oder habt ihr da nichts zu befürchten? Das hat hier eine Studie untersucht, die wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken. Es gibt zig Studien in verschiedenen Varianten. Ich zeige euch einfach auch mal, wo die Probleme sind und was wir daraus einfach mal ziehen können, auch wenn man sich eben entsprechende Studien dann anschaut. Wir gehen aber auch nicht zu sehr ins Detail, sondern das Ganze relativ oberflächlich, damit ihr da einfach auch ein Ergebnis habt und fertig. Also das Ganze beschäftigt sich hier eben mit Concurrent Training. Das bezeichnet eben eine Mischung auf Kraft- und Ausdauertraining. Wie ich das gerade gesagt habe, wenn ihr euch erst vielleicht auch eine Stunde warm macht mit Cardio und dann Krafttraining macht oder andersrum, ihr macht erst Krafttraining und dann noch Cardio, ist das dann schlimm oder nicht? Und generell ist ja so in der Welt da draußen, dass man eben sagt, dass das Ganze dann das Muskelwachstum behindert, weil Ausdauertraining Katabol sein soll und Krafttraining Anabol sein soll und das behindert sich. Und dieser Effekt wird dann eben als Interferenzeffekt bezeichnet, also dass sich das gegenseitig dann eben beeinflusst, aufhebt. Und wir schauen uns heute mal an, ob da wirklich was dran ist und was ihr tun könnt. Was hat man hier überhaupt gemacht? Hat man sportliche Leute oder nicht? Wir haben auf jeden Fall hier 23 Männer, 25 bis 35 Jahre, mit mindestens zwei Wochen Trainingseinheiten in der Woche als Erfahrung. Das bedeutet also, das sind jetzt keine völligen Anfänger oder ähnliches, die natürlich dann exorbitante Gains machen können. Man hat hier verschiedene Sachen getestet. Man hat einen Dexter-Scan genommen, um eben auch die Körperzusammensetzung hier mal ein bisschen darstellen zu können. Man hat One-Repetition-Maximum vom Bankdrücken, Beinpresse, man hat einen Stufentest auf dem Radergometer und einen Sprungtest hier gemacht und hat eben geschaut, wie entwickelt sich das Ganze über acht Wochen Training mit dreimal Training die Woche in drei verschiedenen Gruppen. Eine Gruppe hat nur Krafttraining gemacht, die andere Gruppe hat Kraft- und Hittraining gemacht, also hochintensives Ausdauertraining in diesem Fall. Und die nächste Gruppe, die letzte Gruppe, hat dann Kraft- und moderates Ausdauertraining gemacht, also das, was ihr dann da draußen vielleicht eben so als Cardio macht. Was man natürlich auch beachten muss, ist, ob die Kalorienaufnahme und das Protein zwischen den Gruppen gleich ist, weil wenn die eine Gruppe natürlich deutlich mehr Protein konsumiert, gerade bei so wenigen Leuten, und das ist nämlich das große Problem hier, kann es natürlich sein, dass da einige Leute übers Ziel hinausschießen, alleine eine bessere Proteinsynthese haben. Und bei den ganzen Gruppen war es hier so, dass es ungefähr ähnlich war, aber mit 1,1 bis 1,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein am Tag ist das schon sehr, sehr wenig. Wenn man dann eben Krafttraining und Ausdauertraining an einem Tag macht, ist das vielleicht ein bisschen zu wenig, um da das Optimum eben auch rauszuholen. Und wenn man sich dann eben die Gruppen selbst anguckt, sieht man eben, dass dann pro Gruppe gerade mal so 8 Leute drin waren. Das heißt, wenn da ein, zwei Leute ein bisschen mehr aufbauen oder weniger aufbauen, dann ist es so, dass die eigentlich schon die ganze Gruppe so ein bisschen mit hoch und runter reißen. Und deshalb ist es sehr schwierig, bei so einer geringen Anzahl eben wirklich aussagekräftige Sachen zu machen. Aber wir schauen uns trotzdem mal an, was dabei rausgekommen ist. Was haben sie überhaupt gemacht? Sie haben das Ausdauertraining vor dem Krafttraining gemacht. Das bedeutet, sie haben erst ihr Ausdauertraining gemacht und dann, nach 10 Minuten Pause ungefähr, sind sie dann zum Krafttraining übergegangen. Das wäre eventuell schon der erste Fehler, den man hier ausmachen könnte, dass man eben das Ausdauertraining nach dem Krafttraining macht, statt davor. Bevor wir uns jetzt die Ergebnisse angucken, könnt ihr ja mal ganz kurz hier den Daumen nach oben geben, wenn ihr schon hier rumscrollt und so weiter. Abonnieren natürlich nicht vergessen, die Glocke. Ihr kennt den ganzen Kram und vielleicht mal auf der Homepage oder in den Videokommentaren schauen und schreiben und in den Infoboxen schauen, was ich dort alles geschrieben habe. Die Ergebnisse sehen wie folgt aus. Im oberen Bild sehen wir eben die Beinpresse, was sie dort zusätzlich geschafft haben. Man sieht hier ganz klar, dass die Gruppe, die nur Krafttraining gemacht hat, hier im Durchschnitt deutlich höher ist als die anderen beiden Gruppen, also als die Gruppe mit Hit- und Krafttraining und moderates Ausdauertraining und Krafttraining. Man sieht, dass die Unterschiede zwischen Hit- und moderatem Ausdauertraining allerdings nicht wirklich gegeben ist. Das ist nicht signifikant und zeigt eben keinen Unterschied. Heißt grundsätzlich schon mal wäre es rein theoretisch egal, ob ihr das als Hit-Training macht oder als moderates Ausdauertraining. Da gibt es keinen Unterschied. Aber natürlich im Durchschnitt hier ganz klar, dass die Gruppe mit nur Krafttraining mehr Kraft dazugewonnen hat. Allerdings muss man eben auch sagen, dass es hier zumindest auch den einen oder anderen Ausreißer gibt und dementsprechend das natürlich den Durchschnitt schon ziemlich nach oben ziehen kann. Vor allen Dingen, wenn wir uns dann die Streubreite mal so ein bisschen angucken, also vom oberen Punkt bis zum unteren Punkt hier, ist das schon deutlich größer als bei den anderen Gruppen. Wenn wir uns dann Bankdrücken angucken, sieht man, dass der Unterschied gar nicht mehr so groß ist. Das bedeutet, dass zumindest beim Bankdrücken das so zu sein scheint, wenn wir jetzt mit Ausdauertraining unsere Beine trainieren, scheint es relativ wenig Auswirkungen auf den Oberkörper zu haben. Was eventuell natürlich auch Sinn macht, da man hier natürlich bei dem Ausdauertraining beim Radfahren dann entsprechend seinen Unterkörper mit belastet und dementsprechend dann vielleicht auch die Kraft im Unterkörper nicht so entwickelt ist. Davon könnte man ausgehen. Was aber trotzdem grundsätzlich interessant ist, ist, dass alle Gruppen, also auch mit Ausdauertraining, ihre Leistung verbessern konnten. Das heißt einfach, dass wenn euch das Ausdauertraining eben auch Spaß macht grundsätzlich und ihr jetzt nicht unbedingt auf die Bühne wollt oder Powerlifting macht oder ähnliches, dass ihr auf jeden Fall da einen Vorteil von habt, ihr das machen könnt. Und ihr müsst natürlich auch sehen, dass Ausdauertraining andere positive Effekte auf euren Körper hat und dementsprechend das Ganze natürlich eine gute Sache ist und man das mit einbauen sollte. Interessant hier unten, auch bei der Lean Mass, also bei der fettfreien Körpermasse, sieht man, dass hier eine Person auch ziemlich rausgestochen ist, die anscheinend einen größeren Muskelumfang zugelegt hat. Könnte eventuell, wenn man sich jetzt, und das ist immer das Problem, dass man jetzt nicht weiß, hat diese eine Person vielleicht dann zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich genommen, dann wäre das Ganze vielleicht erklärbar. Und dementsprechend kann das natürlich auch die Person sein, die dann am meisten Kraft dazu gewonnen hat, weil sie eben am meisten aufgebaut hat. Ganz einfach die ganze Kiste. Wobei man bei der Kraftgruppe sieht, dass sie im Durchschnitt alle Muskelmasse zugelegt haben. Bei der HIT-Gruppe und dem Krafttraining haben sie auch zugelegt, bis auf zwei Leute, die sind ungefähr gleich geblieben. Und bei dem moderaten Training war es so, dass da eben auch im Durchschnitt die Leute eben einfach zugelegt haben. Aber wie gesagt, die Gruppengröße ist einfach zu klein, um hier wirklich was Eindeutiges zu sagen. Interessant fand ich auch das, dass bei der Oberkörperfettfreien Masse hier, selbst beim Krafttraining, sich anscheinend nicht viel geändert hat. Also vielleicht könnte man auch davon ausgehen, dass die jetzt mit diesem Trainingsprotokoll, was sie eben hier jetzt bekommen haben, deutlich weniger Oberkörper gemacht haben, als sie vielleicht vorher mit ihren mehr als zwei Wochen Krafttraining dann in der Woche gemacht haben. Könnte alles damit zusammenhängen, dass es vielleicht ein bisschen zu wenig Training vor den Oberkörpern, war, dafür, dass das Unterkörpertraining hier deutlich mehr forciert wurde und dementsprechend sich hier nicht ganz so viel getan hat. Man muss natürlich auch sagen, das ist natürlich auch dabei, alles immer relativ zu betrachten, dass natürlich die Beinmuskulatur deutlich mehr Masse mit sich bringt, als jetzt ein Bizeps und dementsprechend da natürlich auch deutlich mehr Masse wachsen kann in so einer kurzen Zeit über acht Wochen. Alles in allem muss man eben sagen, sehr individuell die Sache, wie man sieht. Der eine baut mal ganz viel auf. Insgesamt kann man aber sagen, dass alle aufgebaut haben und dass es da jetzt so zumindest auf den ersten Blick keine Sachen gibt, wo man sich Sorgen machen muss, dass man katabol geht. So, wie sieht es jetzt mit der Zusammenfassung aus und den Sachen, die man vielleicht auch aus anderen Studien weiß? Grundsätzlich das Problem in dieser Studie eine sehr niedrige Proteinaufnahme. Das heißt, eine höhere Proteinaufnahme könnte eben andere Ergebnisse erzielen. Und dementsprechend, gerade weil man auch zweimal Training macht, braucht man natürlich auch ein bisschen mehr Protein, um das Ganze dann eben mit der Proteinsynthese anzuregen. Und da würde ich sagen, dass man dann in solchen Fällen, wenn man jetzt eine Stunde Krafttraining macht oder anderthalb und dann nochmal irgendwie eine Stunde Kardio macht, dass man darüber dann nachdenken kann, dass man eben zwischen den Trainingseinheiten nach dem Krafttraining vielleicht irgendwie EAAs oder sonstige Proteinquellen dann zu sich nimmt, um dann schon mal die Proteinsynthese vom Krafttraining anzukurbeln und dann eben auch beim Ausdauertraining dann immer noch ein bisschen was im Tank zu haben. Kann an verschiedenen Dingen liegen. Vielleicht sind die Leute auch einfach von den Kohlenhydratspeichern so leer gewesen, dass sie da eben nichts mehr entgegenbringen konnten und 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 beim Krafttraining. Und das ist natürlich eine Sache, die man berücksichtigen muss. Weiterhin wurde das Ausdauertraining vor dem Krafttraining absolviert, was nicht zu empfehlen ist. Einfach aus dem Grund, weil man beim Ausdauertraining natürlich, gerade wenn man auch Hit macht, so wie die es gemacht haben oder auch das moderate Training und nicht nur ganz leichtes Dümpeln, dass man da natürlich den Körper schon fordert. Man erhöht den Umsatz, den Kreislauf erhöht man, man wird eben ein bisschen unaufmerksamer und ist schon ein bisschen fertig. Das heißt, dass man beim Krafttraining vielleicht auch so die ein oder andere Wiederholung weniger geschafft hat und vielleicht sich auch nicht so konzentrieren konnte auf die Übungsausführung und auf das Gewicht und solche Dinge. Und das natürlich dann in der Summe eventuell dazu führt, dass man hier einen kleinen Ticken weniger eben an Effort in den entsprechenden Kraftübungen reinsteckt und damit natürlich auch weniger Muskelaufbau hat. Deshalb, wenn ihr das zusammen macht, sollte man das Ausdauertraining schon dann nachmachen, weil dann habt ihr eben auch den Effekt, dass ihr mit dem Ausdauertraining, wenn ihr das dann macht, eure Muskulatur nochmal ordentlich durchblutet. Laktat vom Krafttraining und so weiter kann abgebaut werden. Ihr seid mit dem Krafttraining davor, seid ihr fit für das Krafttraining. Ihr könnt euch voll darauf konzentrieren und beim Ausdauertraining könnt ihr dann nochmal so ein bisschen runterkommen, den Muskel regenerieren und das ist dann die bessere Variante. Weiterhin könnte eine längere Pause zwischen den Trainingseinheiten ebenfalls andere Ergebnisse zielen. Das heißt, wenn man jetzt nur 10 Minuten Pause dazwischen hat, ist das ganze System eben schon beansprucht und wenn man das vielleicht in zwei Trainingseinheiten aufteilt, wo dann vielleicht auch mal 2-3 Stunden Zeit dazwischen sind, wo der Muskel sich eben so ein bisschen regenerieren konnte, dann könnte das Ergebnis eben auch deutlich anders aussehen, als wenn man es direkt hintereinander weg macht. Grundsätzlich ist es eben so, dass wenn man das richtig plant, wenn man das Ausdauertraining nach dem Krafttraining macht, wenn man genügend Protein zu sich nimmt, wenn man vielleicht individuell mal ein bisschen schaut, wie sind die Pausenzeiten, kann man eben Krafttraining und Ausdauertraining ohne Probleme zusammen machen. Man wird hier keine Einschnitte machen müssen bei der Leistung und da spricht eigentlich nichts dagegen. Man kann es ja auch so machen, dass man einen Tag Krafttraining macht für den Oberkörper, da macht man an dem gleichen Tag dann eben Ausdauertraining für den Unterkörper, bedeutet halt ein bisschen Radfahren oder sowas und am nächsten Tag, wenn man dann Unterkörper trainiert, macht man dann ein bisschen Ausdauertraining für den Oberkörper, also von mir aus sowas wie Rudern oder Schwimmen oder so, kann man ja auch machen, jetzt nicht im Studio, aber ihr wisst schon und so kann man das dann eben vielleicht ein bisschen kombinieren, dass man dann nicht die Muskulatur maximal nochmal beansprucht, die man sowieso beim Krafttraining beansprucht hat oder man macht es so, einen Tag Krafttraining, Ganzkörper oder was auch immer, einen Tag Ausdauertraining, das könnte natürlich auch funktionieren. So, das auf jeden Fall für euch schon mal hier aus dieser Studie so ein paar kleine Probleme, die natürlich da draußen auftreten und ansonsten wird dieses Thema natürlich noch weiter behandelt in folgenden Videos, wo wir uns dann noch mehr dazu angucken. Soll für euch erstmal so eine kleine Übersicht sein, ist natürlich nicht abschließend, sondern nur eine einzelne Studie, an der ich euch das mal so ein bisschen gezeigt habe und dafür könnt ihr jetzt natürlich auch den Daumen nach oben geben, vielleicht eure Erfahrungen unten in die Kommentare schreiben zu diesem Thema oder gibt es andere Meinungen dazu und sonst schaut in die Videobeschreibung, da findet ihr auch Links zu der Internetseite, wo ihr verschiedene Sachen von mir findet oder bei Patreon könnt ihr mich sehr gerne unterstützen mit solchen Videos. Ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Video, abonnieren, Glocke, Daumen hoch, ihr kennt den Kram, bis zum nächsten Thema.